hallo ganz herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute bin ich heute wieder jenny the red nose reindeer beziehungsweise das todkranke reindeer ich drehe die videos etwas vor damit ich einfach an einem tag wenn ich bei starker stimme bin dass ich euch einfach was abdrehen kann weil es mir gerade nicht so besonders geht ich habe ziemlich halsschmerzen ich habe ziemlich kopfweh meine ohren tun mittlerweile auch ziemlich weh also ich höre zb diese glocken weniger wie wahrscheinlich ihr und ich bin heute für euch da um euch noch mal an die verlosung zu erinnern dich laura und ich habe unseren kanälen haben laufen und zwar werde ich euch nicht verraten was ich bis zum 24 zusammengeschaut habe es wird bei mir zwei gewinner geben und es wird ein separates video über die auflösung meiner verlosung geben und alle anderen sachen wie dass ihr wieder zu laura findet findet ihr unten in der infobox und heute packen wir nummer 18 aus vorjohr matti tue ich bin gespannt es ist irgendwas tun artiges auf jeden fall make me mad lip top coat das ist aber cool das muss ich unbedingt ausprobieren das werde ich in einem get ready with me ausprobieren liebe laura das ist eine kleine tube und zwar könnt ihr da über jeden beliebigen lippenstift dieses diesen top coat drüber machen und somit diesen von einem glanz lippenstift in einem matten verwandeln ich bin sehr gespannt liebe laura ob das überhaupt funktioniert i'm not quite sure aber ich werde es testen und das war heute schon türchen nummer 18 schon mein gott heute ist schon der 18 dezember das ist echt unglaublich weihnachten rück immer näher und damit wir schön weiter weiter